Bedeutet eine Mini-Rente für 6,8 Millionen Rentnerinnen und Rentner gleichzeitig ein Anspruch auf die Grundrente? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Wir haben ja seit 2021 die Grundrente und man könnte ja jetzt so ganz salopp sagen, ich bekomme eine kleine Rente von weniger als 850 Euro im Monat zum Beispiel, dann müsste ich doch eigentlich auch Anspruch auf die Grundrente haben. Aber dass das nicht so einfach ist und dass das sehr weit geht, dürfte wahrscheinlich nach den aktuellen Zahlen der Deutschen Rentenversicherung jedem klar sein. Die Deutsche Rentenversicherung hat bis zum 31.12.2022 rund 26 Millionen Bestandsrentnerinnen und Bestandsrentner geprüft, ob diese einen Grundrentenanspruch haben. Und herausgekommen ist, dass rund 1,1 Millionen Menschen in Deutschland einen Grundrentenanspruch haben. Ob dieser dann noch ausgezahlt wird, ist noch eine völlig andere Frage. Aber im Kern heißt das ja für unsere Frage, dass es so weit ist, dass wir sagen können, dass wenn Sie eine Mini-Rente haben, nicht damit auch gleichzeitig Anspruch auf den Grundrentenzuschlag haben. Denn Sie müssen als allererstes mindestens 396 Kalendermonate an verwertbaren Grundrentenzeiten nachweisen. Das sind 33 Jahre. Das ist schon mal die erste Hürde. Und das schaffen schon viele von Ihnen nicht, weil einfach versicherungsrechtliche Zeiten fehlen. Wenn Sie zum Beispiel nur 20 Jahre im Rentenkonto stehen haben, dann wird das nichts mit der Grundrente. Oder aber viele von Ihnen haben Arbeitslosigkeitszeiten drin, Arbeitslosenhilfe, freiwillige Beitragszahlungen, dann Hartz IV und so weiter. Und diese Zeiten zählen grundsätzlich nicht als anrechenbare Grundrentenzeiten. Auch viele, die von Ihnen nahtlos aus einer Erwerbsminderungsrente in eine Altersrente reingerutscht sind, haben oftmals nicht die Grundrente oder den Grundrentenzuschlag bekommen. Warum? Weil die Zurechnungszeit, die in der EM-Rente für Sie so wichtig ist, eben für den Grundrentenzuschlag als sogenannte Anrechnungszeit nicht erfasst wird. Also, es ist klar, das hat auch die deutsche Rentenversicherung gesagt, mit dem 31.12.2022 steht fest, 1,1 Millionen Menschen haben Anspruch auf die Grundrente. Aber wer jetzt denkt, dass er eine kleine Rente hat, der wird sehr enttäuscht sein. Denn es gibt auch hier eine klare Aussage der Rentenversicherung, diese grundsätzliche Überprüfung, diese Massenüberprüfung, die da stattgefunden hat, die ist jetzt abgeschlossen. Und diejenigen, die keinen Bescheid über die Grundrente bekommen haben, werden diesen, so meine Information, auch nicht mehr bekommen. Deshalb kann ich Ihnen nur empfehlen, meine Damen und Herren, Sie haben einen Rechtsanspruch darauf, zu erfahren, ob Sie einen Grundrentenanspruch haben oder nicht. Das ist in § 307g SGB VI, bitte nachlesen, so geschrieben. Ab dem 1. Januar 2023 dürfen Sie von Ihrer Rentenversicherung erfahren, wie es um Ihren Grundrentenanspruch steht. Deshalb bitte dort anfragen und sich dort die entsprechenden Auskünfte via Bescheid oder Rentenauskunft einholen lassen. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.